hi mit dem aktuellen wetter in kurzform heute am 26 april 2023 ist es 8 uhr 18 und wir haben genau 20 grad kein wind sonne pur um die uhrzeit nicht ein würkchen am himmel zu sehen höchstwerte werden heute wieder erwartet um 28 grad tiefstwerte waren heute 16 grad um 12 uhr ist niedrigwasser wir haben jetzt ablaufendes wasser am strand von maspalomas und um 18 uhr 20 ist hochwasser 7 uhr 26 war der sonnenaufgang und um 20 uhr 33 ist der sonnenuntergang ja und das ausführliche wetter seht ihr gleich vom strand hier in maspalomas